Nämlich Naomi Seip, zu Beginn hatte ich eine komplett andere Ansicht Die Atlas-Inertiv, ich weiß nicht, was das schon wieder für ein Kanal ist Hat ein Interview gemacht in Naomi Seips Küche Beziehungsweise das der Mutter, weil Naomi Seip ja ergeblich nicht mehr bei ihrer Mutter wohnt Aber da noch das Büro benutzt Ich meine bei, was kriegt die teilweise über Patreon, 2000, 2000 Euro Da kann man sich dann auch wohl schon eine Wohnung leisten, selbst in Münster Und ja, dann noch so das Geld, was ja wohl auch irgendwo gelandet sein muss Von den Gerichtsverfahren, die sie da macht Sie hat ja sich vorgenommen, YouTube zu verklagen Weil YouTube ihren Channel gesperrt hat Und ich bin ja mal gespannt Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie nochmal wieder was von hören werden Das Geld von den Leuten, die da ihr was überwiesen haben, einfach komplett weg sein wird Aber ist ja nicht mein Problem, wenn die da das Geld investieren In Good Faith Dass sie da jetzt irgendwie YouTube die Stirn bieten wird Und dann dementsprechend einfach alles verlieren Da hätte man sich vorher mal überlegen sollen So, dann gucken wir mal rein Ich hoffe, man hört das direkt Ich glaube fast nicht, weil hier irgendwie kein Ich habe mich verklickt Hört man das schon? Weil hier auch kein Mixer dargestellt ist gerade Ah ja, ich glaube, ich habe schon den Fehler gefunden Ich habe den Fehler bereits entdeckt Denn ich habe die Audio hier umgefrickelt Meine Kopfhörer-Audio geht jetzt über das Mischpult Damit ich das ein bisschen besser anpassen kann bei mir Und dementsprechend hört man da natürlich nichts Jetzt müsste es gehen Und es ist sacklaut Machen wir das mal leiser Das ist eine korrekte Meinung, die nur noch gültig ist Und ansonsten wird man schnell diffamiert als Leugner und Pipapo Wie ist deine Meinung dazu? Ja, muss ich ehrlich sagen Vielen Dank, dass wir uns Bei mir ist sie super laut, die Frau Dann schreie ich nämlich auch mal hier so ins Mikrofon Das ist unangenehm So Wenn das mit der Lautstärke ein bisschen anpassen Das müsst ihr mir jetzt sagen Im Verlauf des Streams Und dann gucken wir jetzt einfach mal rein Das geht 28 Minuten Ich werde ein Stück skippen Weil sie eine ganze Weile über den PCR-Test redet Und die Debatte ist eigentlich seit Dezember vorbei Aber wie das bei konservativen Und bei reaktionären Vollidioten halt so ist Die bleiben nicht nur in ihrem Weltbild stehen Sondern auch in der Diskussion Wenn die einmal irgendwas haben Dann sitzen die sich da drauf Wie fliegen und gehen nicht mehr weg Das ist nicht unser Thema Sondern wir möchten über die aktuelle Krise mit dir sprechen Vielen Dank, dass du uns hier empfängst Und wie ist denn deine Meinung zu dem Thema? Beziehungsweise vermisst du auch eigentlich Dass darüber gar nicht ergebnisoffen diskutiert wird? Sei es Lockdown Sei es Ist es eigentlich eine sehr einseitige Meinung? Beziehungsweise eine, wie soll ich sagen Eine politisch korrekte Meinung Die nur noch gültig ist Und ansonsten wird man schnell diffamiert Als Leugner und Pipapo Wie ist deine Meinung dazu? Ja, muss ich ehrlich sagen Vielen Dank, dass wir uns heute mit dem Thema auseinandersetzen Weil erstens natürlich Weil es wirklich das relevanteste Thema überhaupt In der aktuellen Situation ist Aber davon abgesehen Auch weil es so ein hoch sensibles Thema ist Also man muss so vorsichtig sein Dass man nicht zensiert wird Und wir wissen auch nicht Was jetzt mit dieser Aufnahme passiert Wie YouTube damit umgehen wird Wie Medien damit umgehen werden Aber das Thema ist deswegen auch für mich persönlich so relevant Weil ich selber durch meine Recherche Mit der Zeit an den Punkt gekommen bin Dass ich erkannt habe Es ist wirklich ein Thema Was von Grund auf hinterfragt werden muss Medizinisch Und ich habe schon jahrelang War ich immer sehr wissenschaftlich interessiert Deswegen war ich auch So in dem Klimawandel-Thema sehr stark Sie war jahrelang wissenschaftlich interessiert Sie ist 21, 22 oder so Und hat mal bei Jugend forscht mitgemacht Und hat ein Abi Hat dann angefangen BWL zu studieren Das war jetzt so marxistisch Und ist dann ausgestiegen Und hat dann irgendwie Ein Philosophie-Studium Oder Psychologie-Fernstudium angefangen Und das ist so ihre wissenschaftliche Bildung Und in einem anderen Interview Was ich glaube ich Ich weiß War das auch bei Atlas Interactive? Habe ich das irgendwie verpasst? Dass das nochmal Vielleicht gucken wir dann später rein Oder morgen oder so Da redet sie nämlich auch nur davon Dann redet sie wieder von ihren Mitschülern Und man merkt halt einfach Dass ihr ganzes Weltbild Und ihr selbst Sie hat Jugend forscht gewonnen Also ich weiß nicht wann 2016 oder so Da gibt es einen Artikel von In der Watz oder so Wie die Zeitung heißt in Münster Da die Lokale Und sie steckt halt immer noch so Gefühlt vom Kopf In der Schule Und ist es da wahrscheinlich noch gewohnt Dass sie immer gute Noten geschrieben hat War immer vorne mit dabei Und war eine gute Schülerin Und ich weiß es halt nicht Ob es dann so war Aber ich kenne mehrere Bei denen war es dann so Das waren super gute Schüler Auf dem Gymnasium Oder auch Realschüler Und sind dann weitergegangen Aufs Gymnasium Weil ich habe ja keinen Gimme-Abschluss Ich habe ja noch ein Fachabi Und die sind dann Ins Studium gegangen Und erstmal mega Auf dem Boden der Tatsachen Untergeholt worden Weil dann Studium ist dann Ein komplett anderes Level Und ich weiß nicht Hat CO2 wirklich Wie funktioniert dieser Treibhausgaseffekt Wie dramatisch ist der Wirklich in der Atmosphäre Und bei dem C-Thema Bei dem Corona-Thema War es dann so Dass ich selbst anfangs Da war ich dann wirklich Teil des Anfangs Dieser Pandemie natürlich Und habe das von Anfang Bis Ende so mitgespürt Beziehungsweise Ende haben wir ja noch lange nicht Offensichtlich Aber das hat ja begonnen März 2020 Und für mich ist das Eine ziemlich persönliche Geschichte Weil ich zu dem Zeitpunkt Im Krankenhaus lag Weil ich nämlich Kurz nach einer Reise In die USA War ich Ich hatte schon lange vorher Extreme gesundheitliche Probleme gehabt Und dramatisch abgenommen Weil ich ständig Verdauungsprobleme Und alles geht dir besser Und dann hatte ich eine Wirklich akute Bauchfellentzündung Und Blinddarmbruch Und bin wirklich In allerletzten Sekunden Auf die Intensivstation gekommen Und wurde operiert Und lag dann eben Wirklich mit dem Schlechtesten Immunsystem Bei 33 Kilogramm Im Krankenhaus Und das heißt also Ich wurde direkt Am nächsten Tag Von der Intensivstation Wegverlegt Weil die sich Sorgen gemacht haben Dass ich ansonsten eben Corona womöglich Mir einfange Und musste auch schon Nach wenigen Tagen Das Krankenhaus wieder verlassen Zum Glück habe ich das alles Überstanden Und habe es danach geschafft Eben auch Normalgewicht zuzunehmen Und so Aber deswegen ist das für mich So ein krasses Thema gewesen Weil ich in die Panik Involviert war Weil mir alle gesagt haben Dass ich kurz vorm Tod bin Und dass ich auf keinen Fall Dieses Virus Mir einfangen darf Und so war es dann auch Wirklich eine Schwierigkeit Weil ich regelmäßig Natürlich zum Arzt wieder musste Damit alles kontrolliert wird Und wie komme ich da hin Kann ich mit dem Bus fahren Ich bin teilweise mit dem Bus gefahren Da Also du hattest auch Angst Ich hatte furchtbare Angst Und ich bin mit mehreren Masken Und allen Klamotten dahin gefahren Und Busse waren komplett leergefegt Das war wie ein Taxi Es war eine komplett surreale Situation Und ich hatte jeden Tag Wirklich furchtbare Angst davor Dass ich das selber mir einfange Weil ich eben wusste Wenn ich das kriege Überlebe ich das nicht Also war es ein Biss So Sie hat Währenddessen sie selbst Potenziell gefährdet war Und Sie hat aber ein Impressum Auf ihrem YouTube-Kanal Da steht die Adresse Von ihrer Mutter drin Die Anwaltskanzlei Die glaube ich auch Im gleichen Haus ist Wo die wohnen Währenddessen sie selber Potenziell gefährdet war Hat sie sich darüber Gedanken gemacht So klingt das für mich Aber als sie dann Irgendwann mal Es ihr wieder gut ging Was mich freut Niemandem soll es schlecht gehen Da hat sie dann Irgendwie wieder Zeit dafür gehabt Sich Bullshit auszudenken Und dann war es Nicht mehr so schlimm Ah ja stimmt Der YouTube-Kanal ist ja dicht Habe ich ja vergessen Tut mir leid Oh ist ja schade Ähm Ja also für mich Klingt das so ein bisschen so Ne Ich 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 Ne Also mich Meine Situation In der Corona-Pandemie Hat sich eigentlich Nicht viel geändert Außer dass ich nicht mehr Ab und zu am Wochenende Mit Freunden Irgendwie was machen konnte Und das war schon scheiße Genug Aber ansonsten War ich die ganze Zeit drin Und ich konnte nicht mehr In die Uni Und das ist halt auch scheiße Wenn man dann die Das Studium hat Aber nur noch Die negativen Seiten Ja das ist doof Ja Und dann Schön wie sie dann halt Von anscheinend von Sie macht sich darüber Sorgen Sie macht sich darüber Gedanken Sie hat die Wissenschaftlich Damit auseinandergesetzt Äh Dazu kommt Dass Corona Durch 5G-Tümen Erzeugt wird Wow Wirklich nicht so Dass ich von Anfang an Leugnerin gewesen wäre Oder sonst irgendwas Und auch nicht aus Reinem Protest Gegen die aktuelle Politik Oder so Oder irgendeiner Du bist jemand Der hinterfragt einfach Genau Ich war sogar eher sauer Auf die Leute Die es geleugnet haben Oder Wir haben am Anfang gesagt Das war irgendwie Wann war das? Februar? Im Ignorama? Oder März? Haben wir gesagt Ja Macht euch da nicht so viel Gedanken drum Wascht euch die Hände Äh Ne Passt ein bisschen auf Das wird wohl nicht so schlimm Ja scheiße Ne Unterschätzt haben es viele Ist halt leider so Da muss man dann sich Den Fehler eingestehen Und gut ist Ein paar Wochen später Saßen wir alle zu Hause Und mussten Masken tragen Im Supermarkt So schnell kann es gehen Relativiert haben Weil ich Ähm Weil ich eben wirklich Mir Sorgen gemacht habe Und gesagt habe Man findet das selbst Auf meinem YouTube-Kanal Da sind Videos Da sage ich Bitte tragt eure Masken Social Distancing Bitte betreiben Und entfernt euch Besonders von den Älteren Von denen die Irgendwelche Vorgeschichten Mit Atemwegserkrankungen Haben oder so Ich stand da vollkommen hinter Ich war selber Hatte fast schon So eine Trotzphase Wo als ich dann Festgestellt habe Dass selbst Ja Freunde von mir Ähm Auf ihren Kanälen Ähm Das Skepsis gezeigt haben Da habe ich selber dann schon So für mich gedacht Ey Ihr betreibt hier wirklich Gefährliche Sachen Also bloß weil ihr euch Schon wieder gegen die Politik Stellen wollt Könnt ihr das jetzt nicht Ich weiß nicht Leugnen oder Ähm Ja schmeißt euch doch Da bitte nicht in ein Lager Ähm Also da müsst ihr jetzt Wirklich vorsichtig sein Das ist hier Medizin Das ist Wissenschaft Aber irgendwann habe ich dann Für mich erkannt Hey du machst dir genau Das gleiche wie das Was du beim Klimawandel Auch anfangs betrieben hast Da warst du auch erst Die Alarmistin Und hast alle Die Klimaleugnern Anführungsstrichen Sind als Verschwörungstheoretiker Abgestempelt Ich weiß nicht Ob sie jetzt versucht So zu tun Als wenn alle Leute Die äh Den Klimawandel leugnen Als Verschwörungstheoretiker Dargestellt werden Was halt nicht so ist Ich würde sagen Dass Leute Die den Klimawandel Äh Hier herunter reden Entweder dafür bezahlt werden Oder einfach schlecht informiert sind Und eventuell Nur halt natürlich Das Problem mit Ideologien Und äh Confirmation Bias Und halt Dass so ein großes Problem Einfach sehr schwer zu greifen ist Wenn ähm Keine Ahnung Wenn halt vor den Augen Irgendwie dann Ein Hochwasser ist Oder so Okay dann ist das Hochwasserschuld Aber wenn jetzt Der Klimawandel Und das ist so ein globales Problem Das ist halt für den Einzelnen Schon eher schwer zu fassen Vor allem weil es halt Nicht nur eine Sache ist Beim Klimawandel Es ist ja Natürlich der CO2 Was die Menschen freisetzen Und dann ist es aber halt Nicht so Dass es einfach nur warm wird Sondern es ist mehr Energie In der Atmosphäre Erst ist jede Menge CO2 Auch ins Wasser gegangen Hat sich da gelöst Und äh Jetzt dadurch Dadurch dass es generell wärmer wird Weil nicht mehr Die CO2-Gehalt steigt Wären die Atmosphäre wärmer Wären die Meere wärmer Und warmes Meer Wasser kann nicht so viel CO2 aufnehmen Dadurch wird nochmal zusätzlich Was freigesetzt Dadurch dass Das Wasser wärmer ist Schmilzt das Eis Das Eis Das Eis wirkt als Rückstrahlend Der Albedo-Effekt Heißt das Und wirft quasi Sonnenlicht zurück Und hat einen kühlenden Effekt Und dann Permafrostböden schmelzen Wo Methan drin ist Dann gibt es unter Wasser Gibt es Ansammlungen von Methaneis Die schmelzen könnten Was nicht so cool wäre Und tausend andere Faktoren Die da mit reinfließen Das ist halt Also da kannst du Immer weiter Diese Kette ist Und gefühlt unendlich lang Von den Faktoren Die da mit rein spielen Aber Ich weiß halt bei Naomi teilweise nicht Sie ist so Sie macht auf mich den Eindruck Dass sie immer Grundsätzlich erstmal Darauf wartet Dass sie Irgendwelchen Scheiß bekommt Mit dem sie ihre Dass das dann wieder In ihr Weltbild passt Dass es dann wieder Untermauern kann Mit irgendwas Was für sie Intelligent klingt Sie ist halt Auch nicht Wissenschaftlich gebildet Sie tut zwar gerne so Aber sie hat halt Null Ahnung davon Ich bin auch nicht Wissenschaftlich gebildet Ich habe Ich studiere im Zehnten Semester Chemie-Ingenieurswesen Und komme nicht wirklich voran Also Aber Ich glaube halt Experten Beziehungsweise Ich kann mir ein Bild Davon machen Wie die Meinung In der Wissenschaft Ungefähr ist Und sie fällt Sehr oft anscheinend Rein auf False Balance Das Es so aussieht Oder Es gibt Kann 100 Wissenschaftler Sein Die sagen Der Klimawandel Ist real Das sind die Fakten Bla 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 Und sie findet Ein oder zwei andere Die was anderes sagen Und das ist dann Für sie genug Um zu sagen Das mit dem Klimawandel Ist alles bullshit Ich hoffe das regelmäßig Was Aber ich verspreche sowas Grundsätzlich nicht Weil Ich finde es sehr albern Wenn man ständig sagt Ja Und dann Machen wir Den nächsten Großen Content Endoffensive Und da kommt immer wieder was Und dann passiert halt Wieder was nicht Und Dann muss man sich Wieder dafür entschuldigen Und in so einen Zyklus Möchte ich gar nicht mehr rein Wenn ich was mache Dann mache ich was Und dann Ja Kommt was Oder kommt halt nicht Ignorama soll jetzt Hoffentlich wieder Regelmäßig kommen Und Dann sehen wir halt mal weiter Wie sich das so entwickelt Gescriptete Videos Da fehlen mir das aktuell So an Themen irgendwie Ich würde gerne mal wieder was machen Weil ich habe ja die tolle Kamera Die muss ich halt auch eigentlich mal benutzen Also Wenn es irgendwie Ideen gibt Da weiter Ich könnte mal wieder was zum Klimawandel Oder so machen Weil zu Corona habe ich keine Lust Ich finde das Thema ist mehr oder weniger durch Und wird in den Medien eigentlich gut abgearbeitet In der Regel Mal gucken Ich habe überlegt Ob man mal was zu Horoskopen generell machen soll Und sich da ein bisschen drüber lustig machen Was Weil da auf TikTok habe ich ein bisschen gesehen Dass da sehr viel Zeug gibt So Ich mache das Video mal erstmal weiter Und muss es dich mehr oder weniger dazu zwingen Dass du dich irgendwann wirklich mal damit auseinandersetzt Weil einfach dein Prinzip Als wissenschaftsaffine Person ist Du musst alles hinterfragen Und dich wirklich damit auseinandersetzen Und nicht einfach das glauben Was so in den Büchern steht Die einem vorgesetzt werden Oder in den Medien Vor allem in den Medien Weil Journalisten sind keine Wissenschaftler Und Politiker auch nicht Und beide Themen sind ja extrem politisiert So und dann kam es eben dazu Dass ich auf verschiedene Wissenschaftler gestoßen bin Zum Beispiel der Dr. Stefan Lanker Und Lanker war Warte mal War Lanker nicht der Virusleugner? Dr. Stefan Lanker Doch klar Das ist doch der Der Zweifel an der Masern-Virus-Impfung säen wollte Weil er Selber Ein Projekt am Laufen hatte Für eine andere Impfung Und es ging ihm erst nur um Diesen Mehrfach-Impfstoff Und dann hat er die Für diese Firma Hat er dann die Verbindung zwischen Masern-Impfung Und Autismus Hergestellt Und diese Geschichte ist schon Relativ alt Und es ist Quasi die Geburtsstunde Der Impfgegner-Bewegung Gewesen Da gibt es ein relativ gutes Video Jetzt von H-Bomber-Guy Zu Ist eine Stunde lang oder so Aber wirklich sehr gut Und ich glaube Es gibt auch mehrere Beiträge Auf Arte Und NDR dazu Und dem Typen wurde auch Der Ähm Die Die Approbation Aberkannt Er hat gar Darf seinen Doktortitel Gar nicht mehr führen Ja Das ist dann Ihr Ihr Wissenschaftler Auf den sie sich verlässt Ja Heißer sei Ne Super Ja Mich gibt es noch Ich lebe noch Ähm Ne Ich glaube Das war nochmal Ein anderer Der mit den Beweisen Mit der Oder war das derselbe nochmal Mit der Wette Das war später Doch Tatsache Das war 2011 Aber das war nochmal Ein ganzes End später Halt Das wovon ich gesprochen habe War irgendwie so Anfang der 2000er Ende der 90er Guck gerade ob das hier im Wikipedia Artikel steht Seit 2003 betreibt er eine Impfgegnerische Homepage Also es muss so Anfang der 2000er gewesen sein Er hat es mit befeuert Mit der Verbindung Oder Andrew Wakefield Kann sein dass ich mich da Gerade ein bisschen vertue Aber ähm Der spielt da auf jeden Fall mit rein Ich müsste mir das nochmal angucken Wie gesagt dieses H-Bomber-Guy-Video Das ist eine Stunde lang Oder so das habe ich mir letztens Angeguckt Das ist echt gut Aber ich bin schlecht mit Namen Wahrscheinlich kriege ich das Gerade wieder durcheinander Aber schön dass sie sich Diesen Wissenschaftler Als Vorbild nimmt dann Da gibt es inzwischen einen Telegram-Kanal namens Corona-Fakten Auf dem zahlreiche Wirklich Kaum überschaubar Wie viele Artikel da inzwischen Publiziert worden sind Ich bin in Kontakt auch mit Den Personen die dahinter stecken Die aber anonym bleiben wollen Und das ist eben Ja für mich ein absolutes Genie-Team aus Wissenschaftlern Ähm Okay dann war das was ich meinte War Wakefield Und Lanka hat geleugnet Dass es Viren gibt Okay stimmt Dann habt ihr recht Alles klar So rum Samuel Eckert Hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal Der auch mit uns zusammenarbeitet Und der selber auch dazu Sehr viel Aufklärung betreibt Auf seinen Kanälen Und Ja Als ich mich durch Wieder so ein verfetteter Typ Der sich über Äh Anders denkt Nur dass du ihn machst Ja Immer gerne Dafür kriege ich hier Geld Sogar teilweise Das ist richtig schön Besseren Job kann man sich doch Gar nicht wünschen oder Ja Als ich diese ganzen Artikel dann gekämpft habe Und die alle gelesen habe Ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen Dass da wirklich Eine komplette medizinische Logik hinter steckt Hinter deren Skepsis Sie haben nicht einfach nur gesagt Das ist ein harmloses Virus Und da sehen wir sowieso Dass es zigfach Zahlen gibt Die Skepsis hat ja bei vielen Menschen damit angefangen Dass man gesehen hat Dass Menschen die mit Corona gestorben sind Nicht wirklich an Corona gestorben sind Und dass das Unter einen Hut geschoben wurde Sozusagen Und ähm Das hat sie auch wieder nicht verstanden Sie hat die gleichen Argumente wie Damals wo ich das Damals 2000 Letztes Jahr im Dezember Wo ich das Video gemacht habe Im PCR-Test-Vortrag Sie hat sich null weiterentwickelt Was das ging Dass die Übersterblichkeitsrate Teilweise in den Ländern Überhaupt nicht existent war Dass Menschen die normale Grippe hatten Dass die einfach mit darunter geschoben worden sind Dass der Test gar nicht differenzieren kann Zwischen Grippe und Coronavirus Ähm Und dass zum Beispiel der Test Überhaupt nicht akkurat genug ist Da gibt es dann ja auch die Sensitivität Und die Spezifität Ähm Was eben bedeutet Wie viele falsch positive Und falsch negative gibt es Die Entwickler sind Dr. Christian Drosten Ein Mann der seit Mehreren Jahrzehnten Wissenschaftlich an Coronaviren forscht Und mit PCR-Tests arbeitet Der hat übersehen Was Naomi Seif 20 Jahre 21 Jahre Abiturabschluss 1.0 Herausgefunden hat Wenn dem so wäre Dann wäre diese Arbeit In der wissenschaftlichen Szene Komplett zerfickt worden Aber Sagen da sehr stolz Dass er Dass er Eine Ziemlich gute Genauigkeitsrate hat Und ich habe dann auch Erst einmal so die Zahlen Durchgerechnet Ja wie hoch sind Wie hoch ist da überhaupt Die Fehlerquote Und es gibt dann doch Ich habe die Zahlen Mal durchgerechnet Wie hoch ist die Fehlerquote Sie hat Prozentrechnen in Excel gemacht Wunderbar Wunderbar Und wir lernen Dass auf der Seite der WHO Dass die normale Influencer Die normale Grippe Gar nicht mehr stattfindet Also das ist ja auch Gen 0 tendiert das Jahr 2020 Ja das ist ein medizinisches Wunder Natürlich ist das Ein Wunder Das hat Absolutes Wunder Da kann sich gar keiner erklären Dass wenn Alle Leute Masken tragen Abstand halten Und sich weniger Leute Mit der Grippe anstecken Wie kann Wie kann das denn passieren Also Das ist ja wirklich Ein Wunder Ähm Das war die Art von Skepsis Die Mit der ich mich Anfangs auseinandergesetzt habe Und das War schon auffällig genug Da gibt es schon genug Auffälligkeiten Und diese Art von Opposition Weil man mit Falsch Äh Negativ nicht so gut Äh Stimme machen kann Es ist unfassbar mit ihr Äh Schön paar Wörter Äh Auswendig gelernt Und dann immer mal Wieder reinwerfen Damit die Leute Die gar keine Ahnung haben Also noch weniger Sie Äh Denken Die hat ja wohl Ahnung Ne Weil Sie kann Sie kennt so Wörter Wie Spezifität Und Und solche Sachen Ich bin ja der Meinung Und ich habe das auch immer In Kolloquien gesagt Ne Mir würde das Ne Wenn man dann in Kolloquien sitzt Äh Nachbesprechend zu irgendwelchen Laborversuchen Oder irgendeinem Solches Gedöns Wurde immer gesagt Ja du sollst Was ich als Wissenschaftler So salopp sprechen Aber Äh Die waren letztendlich immer gut Aber ich finde das albern Ehrlich gesagt Was die Pandemie ausmacht Vorbild Stefan Auf was auf Instagram Auf dem Discord Und sind Eben kurz reinschmeißen Darf auf YouTube Für diesen Test Dann unter dem Mikroskop Auf Ähm Und Das heißt Unter Lichteinwirkungen Oder beziehungsweise Man kann die dann Mit einem Detektor Kann man das sehen Da laufen die dann dran vorbei Man scheint da Licht drauf Sieht Okay da ist das und das Das Licht wird zurückgeworfen Man kann es dann detektieren Und man kann dann sehen Welche Bausteine sind da drin So und da Anhand dessen kann man dann gucken Okay ist da jetzt Äh Der Stoff drin Ich glaube das war nur die Sequenzierung Was ich gerade meine Und was sie auch gerade meint Weil Beim PCR Test guckt man sich das auch nicht Unter einem Mikroskop an Und zählt dann irgendwie da Die Die Ribosome Oder irgendwie so ein Scheiß Genau Gel Gel-Elektrophorese Mit UV-Farbstoff Genau Ich habe noch nie Eine Gel-Elektrophorese gemacht Weil ich kein Biologe bin Ähm Aber das kann man sich durch Äh Angucken Äh Ich habe Ich kenne auch so ein Video Wo das drin ist Äh Das ist irgendwie so eine Firma Die stellt diese Gel-Elektrophorese Geräte Glaube ich Äh Wir haben das mal Im Ignorama haben wir das mal Angerissen Ähm So Ich habe jetzt gerade mal Das Bild mit dem Äh Dings hier Ich hoffe das kann man jetzt Vernünftig sehen Ne kann man nicht So Äh Äh Loving the new infrastructure In my neighborhood Äh Like a circle of free microwaves To heat up your lunch On the go Fast wifi On the For the win So ne Und natürlich Frank Tofano verlinkt Äh Ich weiß jetzt nicht Was man da irgendwie Erkennen können soll Äh Ich weiß da ist Ich weiß auch gar nicht Welcher Kreisel das ist In Münster Aber okay Also jemand hat einen Größeren Beitrag Im Twitch Hat geschrieben Ähm Also kannst ruhig Einen Link reinstellen Ich weiß gerade nicht Ob Äh Twitch das Äh Rausfiltert Ja was Was ich auf jeden Fall Ein Wolf ich Daraus wollte Ist dass Ähm Das war Äh Dass es nicht so ist Dass sie sich das Durch ein Mikro Äh Elektronenmikroskop Angucken oder so Und dann da Irgendwie die Äh Teilchen da zählen Das ist Quatsch Und so lässt sich Es gerade aussehen Das wird Äh Äh Elektromagnetisch Quasi ausgelesen Im Detektor Wird dann eben Als positiv angezeigt Die PCR Methode Ähm Eigentlich heißt es RT PCR Methode Reverse Transcription Ähm Weil als erstes Die Ähm RNA Äh In DNA Umgewandelt werden muss Das nennt sich dann Reverse Transcription Äh Ist aber weniger wichtig Und dann PCR ist eben die Polymerase Kettenreaktion Im Grunde Ist das eine Methode Die gar nicht als Test Gedacht war Ursprünglich Sie wurde entwickelt Von äh Carey Mullis Und der hat dafür Auch einen Nobelpreis Bekommen Und ähm Er selber Er ist äh Im letzten Jahr verstorben An einer Lungenentzündung Tatsächlich Das heißt also Er hat die Pandemie Gar nicht mehr großartig Mitbekommen Oder vorletztes Jahr gestorben Und ähm Er selber hat gesagt Als die PCR Methode Erstmals eingesetzt wurde Als Test Und zwar für das Naja das Video von Martin Moda Kann man sich tatsächlich Ganz gut dazu angucken Hi HIV-Virus Dass er nicht dafür Missbraucht werden darf Und da gibt es auch Videos zu Die können wir vielleicht Auch verlinken Unbedingt Fakten werden verlinkt Ja aber seitdem Carey Mullis Die PCR Methode Entwickelt hat Hat sich Wurde die Entwickel Äh Die PCR Methode Ja auch weiterentwickelt Und da hat man dann Schon Test Äh Methoden entwickelt Ja also Nur weil jemand Was erfunden hat Heißt das ja nicht Dass er sich Das irgendwie Für sich gepachtet hat Und dann auf ewig Irgendwie so der Der alleinige ist Der da irgendwie Die Deutungshoheit für hat Ja Auf jeden Fall Und ähm In diesen Interviews Hat er gesagt Ihr dürft Diesen Test nicht Ihr könnt diese Methode Nicht einfach verwenden Um äh Um sie als Test Zu verwenden Weil sie Diese Methode Findet nichts Neues Sondern PCR Ist nur dafür da Etwas zu vervielfältigen Was bereits existiert Der Gedanke dabei ist Dass wir eben Das Virus Wenn es dann In der Probe ist Dass wir das Zigmal vervielfältigen So dass wir es dann Unter dem Mikroskop Sehen können Und das passiert In Zyklen Und nach dem ersten Zyklus Haben wir dann Also ja Stellen wir uns einmal vor Wir haben ähm Was diese PCR Methode Im Grunde macht Ist Wir haben hier Unseren DNA Strang Werden wir die RNA Erst einmal in DNA Umgewandelt Und dann haben wir So eine Doppelhelix Da Kennen wir alle Ähm Die wird dann Aufgetrennt Und dann jeweils An die einzelnen Stränge Werden neue Stränge Drangebastelt Drangebaut So gezüchtet Ich habe keine Ahnung Wer der Typ ist Bei dem sie da sitzt Das ist auch Das Wohnzimmer Von ihrer Mutter Aber Ich kenne diese Atlas-Inertive nicht Das ist jetzt auch Fände ich Erstmal egal Ich gehe mal davon aus Dass das irgendeine Reaktionäre Scheiß Wie heißt es Scheiß Netzwerk ist Für irgendwelche Spinner Und dann haben wir Jetzt auf einmal Nicht mehr Nur diese zwei Sondern wir haben Jetzt hier Diese Und diese Zyklen Die werden in Verschiedenen Laboren Verschieden Ja Überlegt man sich Verschieden Wie viele Zyklen Man macht Und da gibt es Verschiedene Zahlen Teilweise machen die 35 Teilweise gehen die Bis zu 45 Zyklen Oder so Und da ist jetzt Ein großes Problem Denn Ab einer bestimmten Zyklenanzahl Wird das so häufig Vervielfältigt Dass so gut Oder dass jeder Positiv getestet wird Das heißt also Dass die Labore Verschiedene Zyklenanzahlen Benutzen Wo sie den Cut aufmachen Ist schon mal Ein großes Problem Und dann zweitens Also das Verfahren Ist nicht standardisiert Genau Das ist nicht perfekt Das ist ja Blödsinn Das ist natürlich Standardisiert Was ist Haben die irgendwie Nehmen die so In ihrer eigenen Bubble Dass sie nichts mehr Ich weiß nicht Ob man es gerade hört Aber der Hund Versucht gerade Seinen Kopf abzureißen Mit seinen Hinterpfoten Hast es Danke Ähm Ja die Atlas In der Zyklenanzahl Weiß ich auch Dass das das ist Aber Was die genau machen Keine Ahnung So Und Was hat sie gerade gesagt Genau Wenn man halt Sich Natürlich Die Laborgeräte Sind alle unterschiedlich Und da muss man dann halt Das standardisieren Dass man auf ähnliche Vergleichbare Ergebnisse Kommt Und ich meine Dass man dann gesagt hat Wer guckt Ab wann Eine bestimmte Menge An Viruskopien Vorhanden ist Und Sagt dann da Das ist dann Bei dem einen Sind das 30 Zyklen Und bei den anderen Sind das 40 So und dann hat man es Standardisiert Und da kann sich Im Grunde Jeder selber überlegen Nach welchen Kriterien Überlegen die sich Überhaupt Wann sie diesen Cut-off machen Ja so Wann brechen sie Die Zyklen ab Aber warum Wird jeder Positiv getestet Ab einer bestimmten Anzahl von Zyklen Das bedeutet ja Dass jeder Eine bestimmte Anzahl Von diesem Von diesem Coronavirus RNA-Material In sich trägt Heißt das etwa Dass dieses Coronavirus-Material Diese RNA Gar nicht Viral ist Sondern etwas Was jeder In sich trägt Und was der Test Überhaupt nicht Als Coronavirus Erkennt Sondern was Einfach nur Menschliches Oder Mikromielles RNA-Material Ist Fragezeichen Und da Gehe ich jetzt Gleich noch weiter Darauf ein Warum Das wirklich Warum Wirklich viele Dinge Darauf hindeuten Dass dem so ist So das ist jetzt Einmal diese PCR-Methode Warum die als Test Eigentlich gar nicht Gültig Oder Ja eben Da müsste Theoretisch Jeder Test Positiv Aber ich glaube Sie stellt sich Das so vor Dass irgendwie Da Leute dann Sitzen Und sagen Ja wir müssen Ja jetzt Das irgendwie Glaubhaft machen Und deshalb Ist jetzt Nicht jeder Positiv Gar nicht Ja gedacht War ursprünglich Von Carey Mullis Selbst Der diese Methode Entwickelt Hat Und dann Warum Er eben Nicht Das Ja er spürt Nicht das Virus Auf Sondern es Müssen erst Diese Primer Erstellt Werden Aber auf Welcher Basis Werden Diese Primer Erstellt Wir müssen Also schon Wissen Wie das Virus Aussieht Und wie Wurde Das gemacht Dazu Gibt Es Dann Die Ersten Publikation Die Aus China Kam Zu Dem Genom Also Wir müssen Uns Vorstellen Wie Ist Das Überhaupt Aufgebaut Diese ganzen RNA Stränge Also Mussten Sie Sich Das Erst Mal Isolieren Das Sollte Man Meinen Man Sollte Sich So Vorstellen Dass Man So Seine Probe Hat Angefangen Hat Man Mit Ja Auch Es Hat Einfluss Was Man Gerade Eingeatmet Hat Was Man Gegessen Hat Und Eben Die ganze Menschliche RNA So Da Schwimmt Jetzt Alles Mögliche Drin Rum Und Jetzt Müssen Wir Natürlich Das Virus Isolieren Wie Sollte Man Das Jetzt Idealerweise Machen Es Gibt Die Methode Dass Man Das Wurde Auch Mit Anderen Partikel Mit Bakterien Zum Beispiel Hat Man Das Schon gemacht Dass Isoliert Und Purifiziert Und Das Steht Aber Teilweise In den Studien Weil Die Den Isolations Begriff Komplett Missbraucht Haben Und Sagen Wir Haben Es Isoliert Obwohl Es Nicht Isoliert Wurde Sondern Es Wurde Einfach Nur Sequenziert Und Es Wurden Winzige RNA Fragmente Wurden Rausgenommen Naomi So Funktioniert Virologie Das Ist Dann Wieder Typisch Wissenschafts Leugnung Dass Man Maßstäbe Entweder Nicht Erfüllbar Sind Oder Halt Einfach Nicht So Standard Sind Oder Nicht So Gemacht Werden Man Sagt So Ich Möchte Das Aber So Haben Und Bevor Ihr Mir Das Nicht So Macht Wie Ich Das Haben Möchte Dann Ist Das Nicht Wahr Oder Ist Nicht Richtig Warum Sollte Die Pfeife Nach Naomi Seib Tanzen Oder nach Samuel Eckart Oder Wie ihre ganzen Spinner Freunde Da Genau Die Virologie Hat Eine Andere Definition Und Es Wurde Oft Genug Isoliert Und Es Wurde Glaube Ich Auch Schon So Isoliert Wie Sie Wollte Die Debatte Ist Lange Um Aber Anscheinend Ist Sie Irgendwie Letztes Jahr Irgendwann Im August Stecken Geblieben Weil Nämlich Niemals Das Ganze Der Strang Raus Genommen Wollen Wir Haben Das Coronavirus Noch Niemals Als Ganzen Strang Gesehen Das Wird Jetzt Häufig Als Gegenargument Verwendet Aber Es Gibt Doch Zich Elektronen Mikroskop Fotos Von Dem Ganzen Virus Ist Das Wirklich Das Virus Warum Das Nicht Der Fall Ist Ist Das Wirklich Das Virus Naomi Ich Weiß Es Nicht Erzähl Es Mir Erkläre Ich Dann Später Aber Jetzt Erst Mal Wie Hat Man Jetzt Wirklich Festgestellt Was Das Genom Ist Also Wie Wir Haben Wir Das Jetzt Vorgestellt So Ich Ziehe Da Ganz Gerne Den Lego Vergleich Das Hatte Ich Auch In meiner PCR Rede Vom Oktober Als Ich Da Im Bundestag gesprochen Habe Habe Ich Das Auch So Erklärt Und zwar Stellen Wir Haben Einen Riesigen Pool An Legosteinen Kennt Ja Ich habe Im Bundestag gesprochen Ich Habe Einen Vortrag Gehalten Ich Habe Ich Habe Ich Habe Ich Habe So Diese kleinen Bausteinchen Bei Wenn man Übrigens Dann Mal Dr. Drosten Sich Im NDR Podcast Anhört Dann Redet Er Nicht Von Ich Habe Sondern Wir Haben Und Das Ist Jetzt Unsere Probe Und Da Drin Ist Ganz Viel RNA Das sind Diese ganzen Einzelnen Legosteine Ja Diese Legosteine Argumente Haben Wir Ich glaube Wir Haben Es Im Ignorama Auseinander Genommen Und In meinem Video Haben Wir Auseinander Genommen Von Der Ich Will Da Gar Nicht Mehr Größter Zu Sagen Außerdem Bin Ich Nicht Mehr So Krass Im Thema Darin Deshalb Skipp Mal Ein Bisschen Nein Sie Hat Keinen Doktor Sie Hat Abitur Zeug Das Hat Sie Ist Möglich Dass Menschen Die Bereits Angeschlagen Sind Irgendwie Krankheitsmäßig Irgendwelche Atemwegserkrankungen Haben Weil Sie Irgend Situationen Ausgesetzt Sind Oder So Dass Sie Tendenziell Eher Positiv Auf Den Test Reagieren Warum Ist Das Jetzt So Wenn Das Komplett Willkürlich Ist Ich Denke Nicht Dass Es Komplett Willkürlich Ist Sondern Ich Zu Unterstützen So Man Man Könnte Dem Natürlich Entgegnen Oder Kann Dem Auch Entgegnen Dass Der Ein Oder Andere Tatsächlich Irgendwelche Heftigen Lungen Ausfall Funktionen Und So Weitere Hat Dass Leute An Beatmung Wie Erklärst Du Das Dann Also Das Ist Ein Anderes Virus Ist Oder Wie Das Ist Das Ist Kein Virus Es Gibt Krankheiten Ich Leugne Ja Nicht Dass Krankheiten Gibt Aber Es Kein Virus Ein Virus Wird Definiert Als Etwas Was Von Außen Übertragbar Ist Und Was Die Ja Wie Es Im Biologiebuch Steht Ist Es Ja Dass Das Virus In Die Zelle Eindringt Und Dann Die Zelle Dazu Zwingt Mehr Von Sich Selbst Zu Produzieren Hat Und Sie Ist Ein Ganzes End Jünger Als Ich Die Hat 2015 Abi Gemacht Und Das Biologiebuch Ist Von 1980 Diese ganze Theorie Das Ist Meine Definition Aber Jetzt Kommt Das Interessante Wenn Man Zurück Verfolgt Alle Studien Alle Publikationen Die Jemals Zu Viren Gemacht worden Sind Die Gehen Alle In dieselbe Richtung Es Wurde Immer Dasselbe Verfahren Verwendet Dieses Fledermaus Virus Was Da Diesmal Als Anleitung Genommen Wurde Das Wurde Auf Die Gleiche Weise Erdacht Es Hat Immer Nur Mit Hypothesen Funktioniert Anfangs Hatte Man Eben Sie Leugnet Die Existenz Von Virus Ist Auch Die Übersetzung Dafür Ist Einfach Dass Gift Ist Irgendetwas Von Außen Ist Weil Man Sich Krankheit Nicht Anders Erklären Konnte Wenn Man Diese ganzen Studien Zurückverfolgt Dann Wurde Das Immer Im Grunde Nur Aufeinander Aufgebaut Anhand Von Bereits Existenten Partikeln Die Man Einfach Als Viren Deklariert Hat Die Man Dann Wieder Als Schablone Für Ein Neues Virus Verwendet Hat Und Deswegen Sind Auch Mutationen Die Kann Man Sich Jetzt Auch Auf Einmal Ganz Leicht Erklären Weil Wenn Wir Das Leben Weil Wenn Wir Jetzt Etwas Wenn Wir Versuchen Das Virus Zu Erstellen Dann Wird Er Wahrscheinlich Einen Anderen Rna Pool Haben Und Eine Neue Konstellation Aus Lauter Bausteinchen Und Dann Haben Wir Vielleicht Nicht 90 Prozent Übereinstimmung Sondern Nur 85 Prozent Übereinstimmung Mit diesem Fledermaus Virus Das Ist Natürlich Willkürlich Und Dann Dessen Kann Man Plötzlich Sagen Oh Da Ist Was Anders Ja Weil Da Ein Anderer Lego Pool Ist Weil Da Eben Ganz Vieles Daraus Nicht Wirklich Viral Ist So Und Deswegen Muss Ich Wirklich Sagen Letztendlich Dass Höchstwahrscheinlich Diese PCR Tests Von Grund Auf Nicht Funktionieren Können Weil Ihre Schablone Das Worauf Sie Basieren So Hundert Prozent Falsch Ist Diese Erkenntnis Ist Deswegen So Gefährlich Weil Man Damit Natürlich Wirklich Als Corona Leugner Komplett Abgestempelt Werden Ich Erhalte Ja Selber Zichfach Kommentare Und Menschen Sagen Mir Wie Kannst Du Ja Wie Kannst Du Dich Gegen Masken Stellen Und Das Immunsystem Meiner Frau Zum Beispiel Ist Komplett Im Keller Weil Sie An Chemotherapie Hängt Und Wegen Leuten Wie Dir Sterben Leute Wie Meine Frau Aber Nein Es Ist Eher Im Gegenteil Und Das Ist So Wahnsinnig Traurig Weil Ein Großer Anteil Ein Wirklich Großer Anteil Der Übersterblichkeitsrate In Manchen Gegenden Liegt Daran Dass Die Menschen Vernachlässigt Werden Die Wirklich Krank Sind Und Ich Hab Das Selber Im eigenen Leid Erlebt Jetzt Geht Es Wieder Um Sie Leute Die Krank Sind Werden Vernachlässigt Madame Du Akuten Situation Wurde Ich Ins Krankenhaus Eingeliefert Und Unter Höllischen Schmerzen Und Wie gesagt Es war Kurz Vor Weihnachten Und Ich Hatte Wenig Lust Über Weihnachten Im Krankenhaus Zu Sein Und Wurde Dann Möchtest Du Jetzt Hier Bis Weihnachten Die Nächsten Tage Behandelt Werden Oder Willst Du Es Lieber Nach Hause Gehen Und Ir Irgendwie Alleine Schaffen Und Wir Lassen Dich Mehr Oder Weniger Raus Und Dann Mit Dem Nebensatz Es Wäre Uns Lieber Wenn Du Gehst Weil Das Krankenhaus Ist Voller Corona Und Wir Wollen Hier Keine Betten Aufgeben Ich Habe mich Dann Entschieden Zu Gehen Weil Ich Auch Keine Lust Hatte Getestet Zu Werden Und Dann Aus Irgendwelchen Gründen Positiv Zu Sein Und Weihnachten In Quarantäne Zu Indem Man Sagt Viren Existieren Nicht Und Macht Dann Da Sein Eigenes Ding Und Will Sagt Ja Wir Machen Jetzt Durchseuchung Und Davon Wird Es Ja Auch Nicht Besser Ein Thema Also Du Gehst Davon Aus Dass Die Zahlen Komplett Nicht Ernst Zunehmen Sind Der Lockdown Oder Die Lockdown Maßnahmen Wie Stehst Du Dazu Dann Ist Relativ Einfach Beantwortet Wahrscheinlich Aber Vielleicht Hast Du Ganz Offensichtlich Ein Wunderbares Manipulations Instrumentalisierungs Und Kontroll Instrument Also Wie Kann Man Besser Menschen Unter Kontrolle Halten Als Wenn Man Sie So In Angst Und Schrecken Versetzt Dass Sie Ja Komplett Gefügig Zuhause Bleiben Und Man Kann Ihren Aufenthaltsort Kontrollieren Teilweise Dürfen Sie Nicht Mehr In Bestimmten Radius Bewegen Man Kann Kontrollieren Das Hat Ja Das Man Kann Kontrollieren Das Hat Das Hat Auch Alles So Krass Funktioniert Also Ich Wurde Nicht Aufgehalten Irgendwas Zu Tun War das Bei euch Anders Ich weiß Nicht Wie es In Größeren Städten Ist Aber Hier Fährt Alle Paar Male Vielleicht Das Ordnungsamt Durch Und Als Winter Es So Geschneit Hat Da Sind Wir Kurz Durch Park Gangen Und Es War Proppend Voll Und Die Leute Vom Zwei Leute In diesem Park Der Mehrere Quadrat Tausend Quadratkilometer Groß Ist Der Ist So Groß Wie Die Stadt Die War Auf In So Im Katholischen Gymnasium In Münster Ich Wurde Auch Noch Nie Kontrolliert Also Ich Glaube Wenn Du Nach Nach Den Niederlanden Durchfahren Würdest Mit Mit Zug Oder Mit dem Auto Dann Könntest Potenziell In Kontrolle Kommen Aber Wann Sie Wo Das Letzte Mal Waren Das Das Ganze Contact Tracing Das Ist Ja Eine Entwicklung Eine Technologie Die Das Gesamte Leben Der Menschen Durchleuchtet Dann Was Menschen Posten Wie Sie Über Bestimmte Themen Sich Äußern Jeder Der Corona Leugner Oder Lockdown Kritiker Oder Was Auch Immer Ist Ist Der Wird Als Menschen Feind Verunglimpft Was Ich Verstehen Kann Wirklich Verstehen Kann Weil Wenn Die Menschen Wirklich So Eine Panik Vor Diesem Virus Haben Und Sich Sorgen Machen Um Ihre Großeltern Wenn 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 Medien Sieht Das Zwei Wochen Vor Weihnachten Den Menschen Gesagt Wollen Es Trefft Euch Nicht Mit Euren Großeltern Sonst Seid Ihr Dafür Verantwortlich Wenn Die In zwei Monaten Tod Sind Wenn Man So Etwas Sieht Dann Dann Hat Man Erstens Angst Und Wenn Man Dann sieht Dass Corona Leugner Lockdown Kritiker sich Trotzdem mit ihrer Familie Treffen Dann Fühlt Man Verletzt Weil Man Selber Extra Alles Aufgegeben Hat Seine Familien Feier Aufgegeben Hat Und Die Feiern Trotzdem Und Riskieren Damit Das Leben Meiner Oma So Ungefähr Und Ganz Viele Sind Auch Im Krankenhaus Gelandet Nur Davon Hat Nichts mehr Gehört Man Kann Es Verstehen Und Das Trägt So Dramatisch Zur Spaltung Der Menschen Weil Und Diese Spaltung Der Könnten Wir Entgegenwirken Wenn Wir Wieder Mehr Diskurs Hätten Wenn Wir Mehr Diskurs Könnten Wir Entgegensetzen Wenn Wir Mehr Disco Hätten Naomi Seid Setzt Sich Mehr Disco In Deutschland Ein Aber Das Wird Ja Extra Unterdrückt Durch Diese Furchtbare Zensur Wenn Wir Die Möglichkeit Hätten Über Themen Wie Das Was Wir Jetzt Gerade Besprechen Zu Reden Dann Wäre Wir So Verunglumpft Werden Als Menschenhasser Als Wirklich Misanthropen Es ist ja traurig Dass unsere Gesellschaft Diese Diskursfähigkeit Oder Diskutieren Überhaupt Verlernt Hat Was Glaubst Du Hat Dieses Thema Great Reset Oder Die Pläne Von dem Klaus Schwab Und dem Weltwirtschaftsforum Damit Zu Tun Weil Es Ist Ja Das Kann Man Jetzt Mal Einfach So Reinstreuen Die Corona Oder Lockdown Maßnahmen Sind Ja Schon Kampf Gegen Mittelstand Beziehungsweise Gegen Einzelne Branchen Gegen Den Privatbesitz Letzten Endes Absolut Und Das Interessante Ist Dass Gerade Die Leute Die Immer Gegen Die Schere Zwischen Reich Und Arm Waren Und Sich Dagegen Gestellt Haben Jetzt Genau Das Im Grunde Unterstützen Weil Die Kleinen Geschäfte Und Bauern Und Weiß Ich Nicht Alle Kleinen Unternehmen Die Werden Jetzt Komplett In Sand Gesetzt Die Verlieren Ihre Existenz Das Es So Furchtbar Das Zu Sehen Wie Teilweise Es Betrifft Natürlich Auch Ganz Dramatisch Die Mentale Gesundheit So Vieler Menschen Also Wenn man Sich Die Suizidraten Anseht Und Besonders Und Ich Kriege Gänsehaut Jedes Mal Wenn Ich Daran Denke Unter Schülern In Las Vegas Mussten Sie Die Lockdown Beenden Und Die Schulen Wieder Öffnen Weil Die Suizidraten Unter Kindern Zu Hoch Geschossen Sind Und Das Ist Keine Lösung Weil Die Kinder Die Wieder Zur Schule Gehen Können Die Können Sich Vielleicht In Der Zeit In Der Sie Zur Schule Gehen Können Sie Sich Nicht Antun Aber Das Ist Das Gibt Ihnen Immer Noch Keine Lebens Perspektive Ich Fühle Mit All Den Kindern Und Schülern Und Studenten Die Auf Einmal Nicht Mehr Wissen Was Sie Mit Ihrem Leben Anstellen Sollen Weil Das Was Sie Gerade Lernen Das Findet Womöglich Keine Anwendung Mehr In der Welt Weil So viele Jobs Ruiniert Werden Oder Transformiert Werden Und Die Einzigen Hey Was Redet Sie Denn Da Die Tut So Als Er Absolut Abbruch Die Davon Profitieren Sind Die Riesig Großen Firmen Die Aber Das Ist Keine Freie Marktwirtschaft Sondern Hat Einfach Nichts Mehr Mit Freiheit Zu Tun Und Das Hat Nichts Mehr Mit Erfolg Zu Tun Den Man Diesen Menschen Gönnen Könnte Vielen Dank Für Deine Ausführung Das War Sehr Deutlich War Auch Eine Komplett Konträre Meinung Zu Dem Was Man So Jeden Tag Das Ist Ja Mega Anstieg